Nach dem Intro geht es schon wieder los mit einem neuen Sportvlog aus meinem Trainingskeller. Ein bisschen Boxing, ein bisschen Workout, ein bisschen weiß der Teufel was ich mir da jetzt gleich ausdenke. Ja, hier geht es los. Pio! 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 Das war mein heutiger Sportvlog. Am Schluss immer Ampelmenger mit Gewichten. Es war gut. Pio! So. Jetzt müsst ihr auch Sport machen. Irgendwas macht's nach. Und nicht vergessen nach dem Sport auch was trinken. Ja. Ich sag Cheerio mit Sophie. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.